So, ich habe das hier geklärt, hausintern, wann man luschern darf und wann nicht. Und ich freue mich, dass Sie zu Hause jetzt zuschauen bei unserer Beauty Night, bei unserer montäglichen Verabredung von 20 bis 22 Uhr. Und wir haben ganz hohen Besuch hier heute bei uns in der Beauty Night und ich will wiederkommen. Also das kann dann vielleicht wieder drei, vier Jahre dauern. Und wir haben ja die Fans, die Night Glamour schon kennen, die werden verblüfft sein. Deswegen steht auch bewusst Night Glamour exclusive. Die Rezeptur, die Parfumöle sind nochmal verfeinert worden. Ich finde immer noch, dass... Wo seid ihr gerade gedanklich, wenn ihr das riecht? Ja. Peeling? Ja. Nein, da darf man nicht schauen. Streng so. Das ist das richtig. Ich mache alle 24 Uhr. Stimmt. Das ist ja ein tolles Gerät. Ja. Das ist ja immer ein Nur-Einmal-Angebot, gilt bis zum Ende der Sendung. Ja. Aber wir haben gerade Cyber Week. Ich kann das nicht übersetzen. Ich übersetze es liebevoll mit Rabatte, Rabatte, Rabatte. Zypern-Woche könnte ich sagen, ist aber völlig freundlich. Zypern-Woche. Das sagt mein Kollege gerade. Ich pratschere mir alles nach. Nein, also Cyber Week heißt, wir haben... Nein, doch, nein. Nicht auch nein. Wenn die Kinder sagen, Mama, würde ich sagen, nein, das darf man doch nicht tun. Kopf, wir machen das... Also von zurück, meine ich. Ja, das ist cool. Sie darf in den Normalzustand zurück. Oha. So. So. Wow. Yes. Wow. Oder? Das ist mein Auftritt. Ist das cool? Das nennt man Volumen. Es ist das weltbeste Haarspray. Aber sie hat auch das Shampoo, ne? Ich hab auch das Shampoo und da hab ich mein Haar wieder richtig aufgebaut. Beim Haarspray war ich skeptisch. Vielleicht fettig oder wenn es so einen starken Halt hat, verklebt ist. Nix. Das ist der Krüller. Das sind ja auch tolle Haare waren. Das ist jetzt aber sehr schön. Das ist Timur. Mit einem Produkt, was du so noch nicht kennst. Im Winter, sie kriegen die romantischste, kuschelweiche Haut. Und auch das Gefühl, wenn du aus der Dusche kommst, du bist drei Kilo leichter, ne? Weil die Mikrozirkulation hat, es strafft die Haut. Man fühlt sich auch schlanker. Also mir geht's immer so nach einem. Und gerade im Winter, ich finde im Winter... Ein Sprüher noch. Ja! Ja! Ein Sprüher noch davon. Wir sehen uns jetzt. Ich werde jetzt innerhalb mich zu trimmen. Weil jetzt wird's richtig kuschelig, richtig gemütlich. Denn wir gucken auch... So haben wir uns kennengelernt. So schaut's aus. Und das ist sowieso das geilste Haarspray. Nein, danke. Wir haben noch ein bisschen was da, ihr beiden. Ihr könnt noch ganz schnell ein Set für euch bestellen. Ein bisschen haben wir noch. Also das sehen Sie unten für 27,89. Das Lieblings-Haarspray von Beate, von Axel. Aber von so vielen, so vielen Menschen. Zeigen wir gleich nochmal vorher. Aber Beate, das Einmalangebot hat es tatsächlich jetzt noch in die Sendung geschafft. Und es ist verrückt. Es ist wirklich brandneu in diesem Jahr. Es war im Sommer die... Ein super Set. Da freuen wir uns drauf. So, hier nochmal der Look für Sie. Vielen Dank an die drei von dem Asom. Und natürlich auch an Sie. Dankeschön. Tschüss. Es ist es. Es ist es wirklich. Und das Haar wird sich verändern. Also das werden Sie es gegen das Tagesangebot. Und schade, dass wir jetzt fast abbrechen müssen. Aber es ist es wert. Das Ähnliche gilt übrigens für das nur einmal Angebot. Das sind jetzt auch die letzten Achtek-Kosmetik, die sich eben hier auf den Weg gebracht hat. Was ist jetzt, weil das ist ja relativ neu. Es kam erst im Sommer das erste Mal raus. Ganz neu ist, sind die Carotenoide aus... Und wir sind zusammen mit einem Hochleistungspeptid und Vitamin A. Wir haben jetzt in den letzten 25 Minuten nur Highlights gezeigt, die wir hier präsentieren können. Sie wissen ja, wenn Sie bei QVC bestellen, oder vielleicht wissen Sie es auch nicht, Sie zahlen sowieso nur einmal am Tag Versandkosten. Da haben Sie schon einen versandkostenfreien Artikel heute bestellt. Das Tagesangebot, das nur einmal Angebot. 70 von Deville, von dem Geschenkeset. Dann haben wir hier das VinoLift, das Serum, was wir als nur einmal Angebot zeigen. Über 70 Prozent sind da aktuell bestellt. Der Preis gilt noch fünf Minuten. Ein gutes Jahr wird es nicht geben. Nein. Kein Deville Geschenkeset, der hat sich das einfach so ausprobieren können. Zu dem Preis-Leistungsverhältnis. Aua. Aua. Das tut weh. Aber noch ist ein bisschen das da. Auch das Einzelnen Falten, Sie haben das so nicht geben. Wird es auch nicht mehr so geben. Nee, das ist nur einmal Angebot. Und das Tagesangebot wird es auch nicht mehr so geben. Nee. Das ist alles einfach ein Pisterz sein. Absolut. Also wir haben ja auch die Falten. Es geht auch um die Faltenmenge. Ja. Auch das wurde bei den Carotenoiden aus der Tomate, ist was ganz Neues, haben wir so auch nirgendwo drin. Das wurde auch da gemessen. Und die Faltenanzahl hat sich um über 40 Prozent sichtbar reduziert. Das sind alles klinische Studien. Und ganz wichtig noch, diese Carotenoides sind farblos. Also das ist jetzt nichts Karotik auf der Haut. Gibt es ja auch manchmal. Die sind farblos, haben aber einen mega Sofort-Effekt auch bei Rötungen. Weil das ist jetzt super kompliziert zu erklären, das erspare ich Ihnen. Aber da ist sozusagen grünes Licht drin, um es so zu bezeichnen, was so sehr Komplementärfarbe war. Vielen Dank.